Moin, Tattelmoly kommt zurück zu den Krummen, da klappert es schon wieder. Gucken mal, was haben wir denn hier? Ach du meine Güte, wir haben ordentlich Post hier, ne? Achso, wir hatten ja, stimmt, wir hatten ja gestern noch was weggebracht. Äh, Dankeschön. 25.000? Holy Moly. Echt, zu viel gibt's für den? War schon ein bisschen krass. Stimmt, war ja ein Auftrag. Das war ja der, ähm, das war ansteigend, hätte ich es beinahe gesagt. Krass, da haben wir wieder ordentlich Knie zusammen, nice. Ich wollte noch ein bisschen was ausgeben, kann ich ja jetzt ein bisschen, ne? So, die Cages, weiß ich nicht, nehme ich die mit, packe ich die weg? Ich nehme die erstmal, äh, packe die erstmal da rein. So, wir müssen mal gucken, wir müssen hier noch ein bisschen, heute mal wieder ein bisschen knuddeln. Hey Isla. Hey Amelia. Hey Camelia. Hey Laurel. Äh, ich frage mich, wenn wir das hier einfach so in Ruhe lassen, ob dann einfach irgendwann hier alles voll mit Eiern ist hier. So, hab ich alles mitgenommen? Ja, ich glaube schon, ne? Da vorne lag, glaube ich, noch eins. So, das nehmen wir mit. Das können wir mitnehmen. Äh, Käse hatte ich schon mitgenommen. Okay, dann gehen wir erst nochmal da drüben knuddeln. Ach, die haben wir auch noch hier. Warte, Habest. Dankeschön. Honig haben wir auch wieder mitgenommen. Jetzt gibt's noch Milch. Nein, pack das mal hier rein, nicht da rein. So, holen wir den Heckerl hier. So, gucken wir mal. Ja, Lani. Ja, nicht wegschieben. Hey Scarlet. Dankeschön. Jetzt könntest du was essen gehen. Das nehmen wir nochmal mit hier. Pass das mal zu. Alter, steht langsam mal ordentlich Blumen hier, ne? So, hier alles mitgenommen? Ne, da ist noch ein ordentliches Häufchen. Okay, habt ihr alle gegessen? Jo. Da ist man ordentlich gegessen. So, dann kommt jetzt der Eimer zurück. Dann knuddeln wir unseren Roadrunner hier. Können wir den knuddeln? Nein, nicht treiben. Hier, petten. Wir müssen dich schließlich auch petten hier, damit du auch hier schöne, hohe Zuneigung für uns hast. So. Kacke, kacke. Dann Schere. Hey Kennedy. Schnuppe. So, was ist noch hier noch? Bisschen Puh, bisschen Puh, bisschen Puh. Helden? Ich wollte gerade sagen, Helden, was ist los? Wissenst du dich hier ein bisschen? Lass das mal zu. Okay, da ist noch mal Puh. Haben wir das mitgenommen? Ja, habe ich, glaube ich, ne? Okay, dann haben wir das auch erledigt. Dann müssen wir jetzt gerade ein bisschen abladen hier, ein bisschen Puh abladen. So, das ist weg. Käse. Der Rest wird eingelagert. Hier auch. Okay, was haben wir denn heute Sonntag? Da ist heute nicht so viel, ne? Wir können aber zu Theodore noch gehen heute. Das lagen wir auch nochmal ein. Dann brauche ich das hier. Hier war das langsam mal ein bisschen was zum... zum Ernten hier, der da ist. Ich würde schon gerne... Ähm, ja, es ist... Schon gerne ein bisschen was antrunken kriegen hier mit Farming. Wir müssen gucken mal, dass wir langsam die nächste Stufe kriegen, ne? So, das haben wir auch erledigt. Mal vollglückern. Ja, dann gucken wir, was machen wir denn heute? Machen wir das Feld noch fertig da an der Stadt? Könnten wir eigentlich, ne? Da hatte ich ja noch ein bisschen was gemacht. Da ist ein Korridel unterwegs oder was? Ne, noch nicht. Ich dachte schon, da ist schon einer unterwegs hier. Da können wir die drei Bohnen in der Mitte, glaube ich, ernten, sehe ich gerade. So, kommen wir da irgendwie dran? Ja, so. Okay. Da und da. Erledigt. Okay, und dann hier noch die Ecke? So, mal gucken, können wir dann hier irgendwie herpisten da? Wo liegen die ganzen Bohnen? Dann liegen die hier... Äh. Habe ich alle Bohnen mitgenommen? Ich hoffe es mal. Alter, hier durchkommen ist echt eine Katastrophe, ne? Ich bin einfach zu breit. Ich komme hier nicht gut durch. Ich glaube, wir haben alles mitgenommen. Hoffe ich mal. Zehn Bohnen. Dann, äh, hieß gerne zurück. Zehn Bohnen rüber. Ich hoffe mal, dass wir Salat noch kriegen. Ich dachte eigentlich, dass wir Felssalat oder sowas kriegen. Aber ich glaube, das kommt erst im Sommer. Kann das sein? Weil das fehlt mir noch ein Zutat. Zutaten. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben das Essen hier. Das könnte noch reichen, erst mal. Wir müssen... Was haben wir denn für den Auftrag? 2000 Dings ausgeben. Das kriegen wir hin. Eventuell. Ein Tree pflanzen. Das kriegen wir auch hin. Wir müssen eh nochmal zurück zur Baumfarben, wieder was einpflanzen. Gucken wir mal. Das Haus müsste auch fertig sein da drüben jetzt. Mal schauen, ob ich das nächste dann baue. Das weiß ich noch nicht genau. Ich müsste auch mal gucken, dass wir... Okay, das haben wir auch gekriegt. Herr Fletch. Hallo, Rio. Äh, was kann ich für dich tun? Äh, lass mal wegen Lizenz gucken. Cargo-License könnte ich machen. Drei Pocket Slots mehr. Tool-Belt-License. Ich würde gerne Farming machen, aber ich weiß nicht genau, auf welchem Level ich das machen kann. Machen wir Cargo-License, oder? Ja. Drei Slots mehr. Okay. Mach's gut, Fletch. Gucken wir mal, jetzt haben wir hier drei Slots mehr, ne? Jo, hat er geschoben, tatsächlich. Okay, nice. Äh, Rain hat noch nicht offen. John müsste heute zu haben, ne? Weil Sonntag ist genau, der ist da. Was haben wir denn heute für einen Auftrag? Want to practice melting. Äh, fünf Tin-Ohr. Fletch, kann ich machen. Bush-Devil-Capture-Reward. Hatten wir schon akzeptiert. Kann ich nochmal machen, glaube ich, ne? Letzter Tag. Würde ich, glaube ich, noch was für kriegen. Hey, John. Sein, hast du Besuch? Nein. Dann gehen wir zu Theodore und gucken mal wegen der Spinne. Ich glaube, das bringt aber nichts. Hey, Theodore. Ich will mal gerade gucken, ob ich dir was geben kann. Ja, die Spinne kann ich abgeben. Trogit, hier. Oh my, Trogit. Oh, Collection is currently missing a Trogit. Und die will be in to donate, hier. Dankeschön. Äh, das war's. Okay, wir können nochmal kurz quatschen. Lass uns reden. Wollen wir uns reden? Äh, brauchst du irgendwas? Wollen wir zu viel trouble für dich, um zu catchen? Blue Fisch? Äh, südlicher Ozean. Kein Problem. Ein Blue Fisch im südlichen Ozean. Okay. So, dann gehen wir gerade zur Baumschule. Pflanzen da kurz noch ein paar Bäume ein. 2.000 Dings muss ich ausgeben. Was mache ich denn dann? Wir könnten gerade hier bei Rain gucken. Rain hat offen. Rain ist gar nicht da. Shops closed. E-Shops closed. Wo ist Rain? Rain? Da ist Rain. Hm. Ist die noch unterwegs? Aber eigentlich ist doch offen heute. Oder kommt die jetzt zurück gerade? Sie läuft, sie läuft, sie läuft. Ah, okay, alles klar. Wir müssen da einen Gehweg hinmachen, damit sie schneller ist. Okay. Weh, jetzt kann ich hier selber nicht reingehen. Jetzt geht's. Hey Rain. Äh, ich brauche nochmal, ähm, wir nehmen nochmal ein Weed Seed, äh, ein Jacaranda mit. Jacaranda? Ja. Nehme ich. Okay, mach's gut. Jetzt haben wir noch 25.000 ausgegeben. Jetzt habe ich im Grunde genommen alles, was ich verdient habe, schon wieder verbraten. Aber das ist okay. So, das heißt, wir pflanzen jetzt noch kurz was ein. Dann haben wir das auch schnell legt. Dann haben wir das nämlich auch gleich. Und einen Blue Fisch müssen wir noch sammeln für... Für Theodor. Hier müssen wir gerade gucken, warum wir nicht Seeds denn? Die nehmen wir hier raus. Okay. Dann bundeln wir hier wieder welche ein. So, kann ich die hier irgendwie... Das ist ein bisschen umständlich, wenn ich mal ins Menü gehe. Aber ey, dann, dann nicht. Da. Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier ordentlich einpflanzen. Weil wir brauchen... Wir brauchen einfach wieder Bäume, beziehungsweise Material. Da ist so eine Baumschule doch ganz nett. Wir haben ganz schön viele Seeds. Habe ich so viel gepflanzt hier? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Beziehungsweise abgeholzt. Ich sehe gerade, Pamut muss man auch wieder machen. Pamut ist nämlich auch schon eine Wangelware. Oh boy. Komm, wir pflanzen hier noch welche ein. Ist ja egal. Wie würde er einpflanzen? Hauptsache, wir pflanzen einen. Die Mucke finde ich ziemlich nah. Ist ziemlich chillig. Das Gras verteilt sich aber auch nicht, ne? Ja, dann nehme ich dich weg. Hier ist egal. So. Okay. Nein, du nicht. Mann, die Baumschule, die wird schon ganz schön... Ganz schön voll hier. Ich würde ja gerne ein bisschen mehr Farming. ...haben. Farming Experience. Ich weiß nicht genau, ob ich durch Skis noch was kriegen kann. Sicher... Ja, bin ich mir nicht so sicher. So. Ich pflanze jetzt hier noch die Ecke. Und dann soll das jetzt mal reichen. Hier an... Bäumen. Zumindest von denen, ja? Können wir noch ein paar... Palmwood? Oh, Palmtrees haben wir nur neun. Okay, die pflanzen wir alle ein, dann. Ist egal. Ich dachte, wir hätten ein paar mehr. Da hast du nicht viel bei rumgekommen, ne? Neun Stück nur? Ich muss gucken, dass ich hier gleich wegkomme, weil mein Triebwerk hier schon da startet. Ich weiß auch nicht, was es ist. Es ist nur hier an den Bäumen, ne? Aber auch nur hier irgendwie, gerade weil vorne die Bäume, die ich hier gemacht habe, passiert gar nichts. Ich weiß nicht, ob er hier jetzt extrem viel rendern muss oder sowas. Oder woanders liegt. Kann ich nicht sagen. Ganz merkwürdig. Okay, erledigt. Was brauchen wir denn jetzt noch? Jetzt müssen wir... Buschdäppel können wir nochmal sammeln. Die waren unten. Wer denn da noch welche sind? Ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich habe ich alle mitgenommen. Müssen wir mal gucken. Okay, dann gehen wir mal rüber. Das Haus ist fertig hier. Nice. Aber das sieht genauso aus, ne? Können wir da einfach so reingehen? Jo, kann ich. Okay. Hm. Ja, ich muss mal gucken. Ich muss da noch ein bisschen was machen. Hey, John. Kann ich was für dich erledigen? Warte mal kurz. Hey, John. Willkommen zu Johns Goods. Nein. Hä? Wieso? Äh, hä? Oh, warte. Ich bin ja nicht auf der Arbeit. Achso. Ich wollte kurz sagen. Hast du einen Job für mich? Du betonest mal trouble to catch a blackfish. Can you usually catch a blackfish in the river this time of the year? Okay. Dann muss ich ja doch wieder... Ach, Mann. Hm. Ja, komm. Wir kommen. Wir nehmen das Buch mal mit, ausnahmsweise. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Alter, wie viele Schmetterlinge hier unterwegs sind. Weil einen Blackfish habe ich, glaube ich, noch nicht gefunden. Da muss ich das Buch haben, damit ich sehen kann, ob ich hier irgendwas finde, glaube ich. Im River. Da müsste das doch überall sein, oder? Wo habe ich das Buch hingestoppt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwo ein Buch hingestopft. Irgendwo. Da habe ich ein Buch hingestopft. Ne, doch. Das ist richtig. Okay, das heißt, das geht da rein. Ein Bluefish und ein Blackfish. Ein Fragezeichen. Okay, ein Fragezeichen ist doch was Neues. Hier, warte mal. Kollege. Wer bist du denn? Die drei Fragezeichen. Aber wenn du bist ein Blackfish, dann kriege ich aber die Krise. Ich sage nichts mehr. Okay. So, wir müssen den Körner-Drongear zurückgeben. Ja, einen Bluefish müssen wir noch besorgen. Der ist im Süden. Mal gucken, wo ist der denn hier im Norden? Norden wäre hier, wenn das stimmt, ne? Süden wäre da. Da können wir uns... Hier, John. John, John, John. Warte, nicht davon rennen. Oh, gut zu sehen. Was schuldig ich dir für das Vergnügen? Was schuldig ich dir für das Vergnügen? Okay. Nichts zieht das für dich. Oh, ihr von der Blackfish? Ja. 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 Your beauty. You always pull through for me. Why don't I give this in exchange for helping you out? Okay, dankeschön. Uh. Cool. Pearl Path. Blubber, äh, Blubbergewege. Hm. Ich muss hier mal echt mal eine Runde basteln. Ich müsste eigentlich mal, unabhängig vom, vom Let's Play, müsste ich eigentlich mal einfach was basteln hier zum Chillen. Müsste ich eigentlich mal machen. Okay, komm, wir gehen mal... Wir gehen mal, wir gehen mal... Wo gehen wir denn mal hinten? Wir gehen mal in den Süden. Und gucken mal, ob wir da ein paar Dudes finden können. Die müssten da oben, ne? Die müssten da oben rumrennen. Moment, die Blumen habe ich auch noch nicht. Ist ja toll, wenn es ein Blumenbuch geben würde. Common Heath? Doch, Common Heath habe ich schon. Der Name sagt mir irgendwas. Äh. Der pennt sich ein. Ich habe jetzt auch nichts zum Wegbringen hier, ne? Ne, das lohnt sich gerade nicht. Da ist noch einer. Der pennt sich auch ein. Okay. Na gut, wir können hier zwischen einen bauen, weißt du? Dann könntest du beide wegsnacken hier. Sollen wir das machen? Ist das nicht der beste Spot hier, ne? Aber... Ne, komm, das lassen wir mal. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Achso, ich muss noch... Ich muss noch einen Bluefish finden, ne? Dann gehen wir mal kurz hier drüben hin. Ein Bluefish. Blackfish, Carb, Riverbase. Alter, wie viele Fische da drüben rumschwimmen, ne? Äh, Blue Spot. Bluefish ist da hinten. Oh Gott, wie kann ich den denn angeln? Ah, genau richtig. Okay, nehmen wir mit. Na, komm schon. Na, jetzt aber. Okay, haben wir mitgenommen. So, dann haben wir das erledigt. Dann können wir das wieder wegpacken. Ich hätte gern noch eine Stelle für mein... für mein, ähm... Tiertransport. Mal gucken. Ich würde gerne noch ordentlich Tiere wegbringen. Zu wissenschaftlichen Zwecken, die natürlich wieder freigelassen werden. Alter, hier sieht es natürlich echt nice aus, ne? Wenn du hier wohnen würdest, wäre auch nice. Vielleicht brauche ich hier hinten mal irgendwas hin. Flash macht gleich Feierabend. Das heißt, ein Haus kann ich erstmal nicht mehr bestellen. Ich muss Farming unbedingt weitermachen. Ich glaube, wir gehen gleich zurück. Warte mal, hier ist noch... Der ist blau. Hab ich den schon? Boah, ist der schnell. Ey, ich bin zu langsam. Ne, das Kauke haben wir, glaube ich, schon. Den haben wir, glaube ich, schon. Ich habe das Buch nicht mitgenommen. Ähm... Boah, ich habe jetzt das Restlos frei. Jetzt könnte ich ja tatsächlich was mitnehmen. Ja, dann... Weiß ich nicht. Gehen wir zurück und farmen noch ein bisschen was da oben? Könnten wir eigentlich, ne? Hm... Wir gehen mal da noch kurz hin Richtung dem Teleporter. Vielleicht finde ich da ja noch ein paar Tiere, die wir dann... Ein paar Varimus vielleicht sogar. Äh... Ne, die sind eigentlich da oben mit ihren Nestern. Bist du mich hier nicht hochlaufen? Ich müsste hier echt mal ein bisschen was sammeln. Die würde ich gerne mal einsammeln. Hier, die hier. Wie viel bringen die eigentlich hier? Die Eidechsen. Müsste ich eigentlich mal ausprobieren. Müsste ich mal in die Wüste auch mal was stellen. Ich weiß nur nicht genau, ob die sich fangen... ...nehmen lassen. Doch, wo? Habe ich, glaube ich, schon mal ausprobiert. Ich glaube, das geht, aber für ein paar Sekunden nur. Das war aber ein bisschen... Ted ist unterwegs. Wo ist Ted? Ich muss Ted anquatschen. Wo ist Ted? Da ist Ted. Lange nicht gesehen. Hey, Ted. Ah, Ryo. Always nice bumping into you. Ja, ist schon ewig her, ne? So, gefühlt 40 Episoden. What can I do for you? Ähm... Lassen Sie uns reden? Oh, warum darfst du reden? Äh, das ist ein Job für mich. Bei Belly Scrumbling? Guckt, guckt Blobfisch. Ne, das geht nicht. Guckt, Blobfisch geht leider nicht. Äh, kann ich leider nicht. Ach, kein Problem. I try to find it myself. Okay. Kann ich was vielleicht von dir kaufen? Ja, Maid, I buy anything you've earned at the premium. Den hier. Ich will mal wissen, wie viel der Wett ist. Very nice and D. Tell you what. 5.071, klar. Beauty. Wie in meinem Vergnügen. Siehst du, komm mal, mir aber 300.000. Okay, dann gucken wir mal. Jetzt möchte ich gerne... Kannst du mir was bauen? Mal sehen. Äh, was du es haben? Den Bad Zapper will ich ja eigentlich haben. Aber den Bone Bow ist auch nice, ne? 400.000. Obwohl das wäre tatsächlich so langsam machbar, ne? Devil, Belly, Belly... Ne, Belly. Hm. 12 Schaden, 14, 22 für den Hammer. Holy moly. Der Bogen macht 15. Den Bogen würde ich gerne mal ausprobieren. Jetzt ist den Schaufel und den Zapper will ich haben. Was brauche ich denn dafür? Das Problem ist, ich muss den wiederfinden. Wir brauchen 4 Kabel, Hot Zylinder, 10 Glowing Mushroom. Ich glaube, 10 haben wir leider nicht. Ich muss mir da mal einen Screenshot haben. Ein Thunder Sack. Okay, einen Thunder Sack haben wir nicht. Ich habe so ein komisches Gefühl, dass wir den Thunder Sack von den Eidechsen kriegen. Das Problem ist, wie machen wir die kaputt? Wir brauchen 3 Stück drauf. Eine Torch haben wir schon, das ist kein Problem. Einen Thunder Sack brauchen wir 3 Stück, Hot Zylinder, das ist kein Problem. Bright Wire. Ja, Wire ist auch so eine Sache. Iron ist kein Problem. Mushrooms müssten wir sammeln, könnten wir aber mal merken. Ich werde das mal... Das Problem ist, der Speicher hat das nur bis zum nächsten... Ich mache mal gerade einen Screenshot. So, passt schon. Kannst du mir leider nicht craften. Okay. Müssen wir gucken. Was gibt es da für Crocodile Tooth? Haben wir schon einen Spinnefix? Ja, immer Schaufel haben wir dabei. Copper, das wäre sogar machbar. Okay. Auch nicht schlecht. Aber den Sepper will ich auf jeden Fall haben. Den werde ich mir besorgen. Das heißt, wir müssen uns... Irgendwie... Müssen wir uns mit den Eidechsen anlegen. Ich weiß noch nicht genau, wie... Ich gehe mal stark davon aus, dass man das von denen kriegt. Problem ist nur, die müssen wir halt platt machen. Da müssen wir aber so einen... Weiß nicht, ob wir so einen Hammer gebrauchen können? Was bringt der denn? Alpha Entler. Okay, da müssen wir erst einen Entler finden. Hatte ich da nicht schon irgendwas gefunden? Opale sind, glaube ich, kein Problem. Iron Ore, Copper Ore. Hammer ist auch kein Problem. Wow, du brauchst gerade schon einen Iron Hammer. Krass. Hmm... Alpha Spear... Alpha Scale... Weiß ich gar nicht. Müsste ich mal nachgucken. Zwei Stück sogar. Nee, geht im Augenblick nicht. Tja, dann machst du es gut, Ted. Lange nicht gesehen. Ich hoffe, du kommst jetzt öfter vorbei wieder, weil... Ja, ich würde das gerne mal in Angriff nehmen. Mach's gut. Jetzt geht er schon einfach. Takita einfach. Ich habe die ganze Zeit mal daran gedacht, hier Ted's Heli und so. Schon eben immer gesehen. Letzte Zeit hat er sich mal aufgetaucht und... Kann ich noch nicht. Da ist ein Warimu. Da sind noch mehr Warimus. Kommen die da irgendwie runter? Ich guck mal gerade. Das sieht nicht so aus, als wenn die da runter kommen können. Die Eier sind natürlich ein bisschen was wert, ne? Was ist was? Wir bauen das mal hier hin. Und dann snacken wir die Eier da alle weg. So, Kollege. Ähm. Dahin. Falle. Dann nehme ich hier eine Ecke weg. Die buddle ich mal runter. So, dann kommen die jetzt mich hier hin. Nein, nicht da. Jetzt geht er da rein rauf, ne? Kommt der jetzt hier her? Hallo. Ja, genau, du. Kommt der nicht zu mir? Der kommt hier nicht runter. Wieso nicht? Kann der da nicht runterlaufen? Ha, wieso kann ich da hochgehen, aber der kann da hier nicht runter? Es ist egal, dann lassen wir es schlafen. Okay. Wenn er nicht will, dann lassen wir es. Ich wollte jetzt eigentlich noch was anderes machen. Tja, dann gehen wir mal zurück. Wir müssen da gerade mal gucken, ob wir noch ganz schnell irgendwie ein bisschen was Gartenmäßiges schaffen können. Da ist ja keiner. Doch, da ist wieder einer. Dann setzen wir hier gerade noch welche hin. Warten wir mal. Kann ich hier zwei nebeneinander setzen eigentlich? Geht das? Oder brauchen die zu viel Platz? Ne, das geht. Nice. Hallo. Oh, da ist ja schon einer. Ja, ne? Tschüss. Wo ist der andere Kollege? Wo ist eine andere Kollegin? Da. Hallo. Yay. Nicht schießen. Spuckt er mich an? Tschüss. Sehr schön. Okay, haben wir wieder zwei gedelivert. Ich kriege mir, glaube ich, sogar noch was für. Nice. Okay, es ist doch ein bisschen dunkel. Eigentlich wollte ich ja noch was anderes machen. Schaffen wir das noch ein bisschen zumindest irgendwie? Da hinten. Ja. Wir müssen das abgeben. Den Bluefish nicht vergessen. Den kriegt. Wer kriegt den ja nochmal? Den habe ich schon vergessen. Verdammt. Ich muss mir echt mal einen Zettel machen. Wobei, wir haben ja hier unser Taskbuch. Tin Ohr willst du haben? Bluefish. Hier ist Theodore. Gut, dass ich das Buch habe. Er ohne das Buch hier. Da wüsste ich gar nichts. Hey Theodore. Ich habe was für dich. Ah, it's already dark. Ah, here you go. Oh, ihr fandet Bluefish? Yep. Bitteschön. Danke. Mach's gut. So, jetzt muss ich schnell für Fletch noch fünf Oars besorgen. Hey Fletch, ich komme gleich wieder mit deinen Oars. Dann kannst du noch ein bisschen smelten. Und ich kriege dafür dann nice Barren. Nice Barren. So, da habe ich wieder nichts geschafft heute, ne? Ich habe wieder nur umgehört. Oh gut, wir haben Tett getroffen wieder. Aber, ja, ich könnte mal gucken nach Material. Um zu sehen, ob ich das Zeug überhaupt habe. Denn, ich brauche ja ein bisschen was. Muss ich gleich mal gucken. Ich habe ein Screenshot gemacht, das Problem ist, wenn ich müsste raus tappen. Oder ich muss es nach der Episode machen. Ich gucke aber gleich mal, was ich noch so im Gedächtnis habe. Ob ich das dann auch auf Lager habe. Also, Glow Shrooms habe ich, glaube ich, nicht auf Lager. Die vermehren sich, glaube ich, auch nicht. Hier, Fletch. Äh, I can see anything in this Merc. Äh, is it you, Rue? Da, das bin ich. Hier, ich habe deine Aufgabe erledigt. Oh, du brachst von TinOio hier. Schaut, äh, vorwärts, um die Puppe zu schämen. Hier. Danke, Rue. Hier sind drei TinBars. Danke schön. 555 Request complete. Nice. Hey, Rain. Hi, Rue. Wie geht's? Äh, was gibt's? I think my plants can be a little like some, äh, me sometimes. Deine Pflanzen können so ein bisschen sein wie du manchmal, okay. But they just love the sun and are always reaching for the sky. Aber sie lieben die Sonne und, äh, versuchen immer den Himmel zu erreichen. Ja, so nice. Oder nach dem Himmel zu erreichen. Ach, es ist gut, Rain. Gehst du jetzt nach Hause? Kann ich mit dir nochmal sprechen kurz? Milburn? Ich bringe immer durcheinander Milburn und Melvin? Oder ich vergiss es immer. Was gibt's Neues? Es ist important, dass ich es. Okay. I should know. I own them all. Du hast die ganzen Anteile. Okay. Ja gut, du hast Bank, ne? Du solltest es wissen. Mach gut. Mach's gut. So, wir müssen ja unbedingt mal... Hey, John. Wir müssen ja unbedingt mal das Fettigbuddeln hier. Ich muss mal gucken, dass da Wasser reinkommt, endlich. Da muss man schauen. Eigentlich wollte ich das hier so aufbuddeln. Und dann lasse ich das, was hier einfach so... ... einfach so reinlaufen. Und, äh, ja, dann... ... das passt ja schon, ne? Zumindest so die Idee. Dann brauche ich hier nämlich nicht die, ähm... ... die Sachen craften. Ähm, aber das zieht sich da ein bisschen was. Hier liegt noch ne Bohne rum. Wie konnte das denn passieren? Gut, dass wir das im Dunkeln sehen können. Hier, die Bohne kommt dann noch... ... die Bohne kommt hier drüben rein. Falsche Abteilung. Hier. Bohne. Bohne. Okay, jetzt habe ich doch das Buch mitgenommen. Aber gut, wir haben drei Slots. Dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ähm. Die Ohrs kann ich wegpacken. Ähm. So, jetzt müssen wir grad gucken. Wir brauchen ne Taschenlampe. Also ne Torch. Torch haben wir hier. Haben wir da. Okay. Dann brauchen wir... ... da ist noch ein Buch. Plantbook. Ich hab doch ein Pflanzenbuch. Wat? Gilt das für alle Pflanzen? Jetzt muss ich mal nachgucken. Entschuldigung. Ach, guck mal, Heiner. Schau hier. Zwei Tage noch. Fünf Tage. Drei Tage. Zwei Tage. Funktioniert das hier auch? Kann ich... Ne, da funktioniert es nicht. Da brauch ich so ein Blumenbuch, ne? Okay. Da müsste das eigentlich hier drüben... Ach, ist egal. Ich pack es jetzt wieder rein. Ne, warte. Ich pack es hier drüben rein zu den anderen Büchern. Jetzt hab ich hier so viele Bücher. Komm, wir gucken uns das andere Buch jetzt auch noch an. Jetzt will ich es wissen. Maschinenbuch. Okay. Ach, krass. Guck mal. Das kannst du ja alles draußen machen. Okay. Nice. Campfire. Grill. Ach, krass. Ich kann da auch Blaubeeren reinpacken. Okay. Das sollte ich mal ausprobieren. Blaubeeren? Moment. Das muss ich jetzt... Das muss ich jetzt aber wissen hier. Warte mal. Bzw. Guangdong ist das ja, ne? Oder? Oder? Ne, das ist blaues Zeug. Ist das Jelly? Moment. Könnte das Jelly... Moment. Das müsste Jelly sein, glaube ich, ne? Habe ich Jelly hier? Was kann ich denn aus Jelly machen? Ich brauche zehn davon. Okay. Interessant. Hier, Flamesack haben wir von den... Das war ja schon Teufel gekriegt, hätte ich beinahe gesagt. Das heißt, wir müssen definitiv die Ansage gut machen. Hier, da haben wir einen Alpha Scale. Von dem Krokodil war das, glaube ich. Das heißt, wir müssen mal ein paar andere Alphasplatten machen dann. Oh, Backe. Das kann ja spaßig werden. Na gut, das packen wir zurück. Hm, was brauche ich denn jetzt noch? Wollen wir mal gerade überlegen. Äh... Den Zepper wollte ich haben. Das heißt, ich brauche den... Ja, den, äh... Thunder Sack brauche ich drei Stück. Die andere Sachen müsste ich eigentlich haben. Habe ich jetzt aber leider vergessen, was das war. Müsste ich nochmal nachschauen. Okay, dann, äh... Ja, pack die da mal rein. Nehme ich zwei wieder raus. Lass sie noch verarbeiten. Und dann... Mache ich erstmal wieder Stopp. Ich weiß jetzt nicht genau, was, wie, wo noch. Da muss ich mal schauen. Wobei, warte mal. Wo habe ich das? Kit. Das interessiert mich jetzt. Bevor ich die Episode beende. Use it on houses to customize their appearance. Customize house. Customize this house? Ja. Wow, das sieht da nice aus. Ach, krass. Okay. Äh, das sieht nicht aus. Das sieht auch nicht aus. Das ist ein bisschen breiter, ne? Das ist ein bisschen schmaler. Das ist ein bisschen breiter. Ich glaube, breiter sieht schön aus. Ach, krass. Du kannst es drehen. Wow. Okay. Du hast ja schon ein paar Auswahlmöglichkeiten, ne? Das sieht strange aus. Hm, ich... Hm. Eine runde Tür? Eine runde Tür mit Fenstern sieht ganz nice aus. Das sieht auch schick aus. Guck mal, die sind alle dunkel. Ich hoffe nur, dass die auch leuchten, dann die Fenster. Sonst wäre das blöde. Das ist schmaler, das ist breiter. Okay, kannst du Sound rummachen? Hm, das sieht nicht aus. Trim Color? Main Color. Okay, wie könnte das denn aussehen? Rot. Das ist eine merkwürdige Mischung. Wenn ich das rot machen würde, dann müsste ich die Main Color ändern. Das Dach? Ja, ich müsste das Dach so lassen, eigentlich. Hm, ich bin mir noch nicht sicher. Grün? Ne, lassen wir das mal weg. Muss ich nochmal schauen. Okay, haben wir ein bisschen rumgefummelt. Ich muss da nochmal gucken. Ich bin da noch nicht zufrieden mit. Und das Dach, ich weiß nicht genau. Das eine sieht zwar ganz schick aus, aber auch irgendwie nicht so. Aber das passt hier nicht rein. Ich muss nochmal gucken. Mal schauen. Haben wir kurz einen kleinen Blick drauf erhascht. Schaue ich mir nochmal in Ruhe an. Dann sage ich jetzt mal, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.